Das Wiesenlächeln 2019 wird präsentiert von Dr.Smile, Deutschlands Experten für gerade Zähne. Hallihallo! Was bringt dich heute zum Lächeln? Gerne einmal umdrehen für unsere Kamera. Wir haben eine Firmenveranstaltung heute. Ah, Firmenveranstaltung, aber du scheinst glücklich zu sein. Ja, mir geht es gut damit. Von Alexander Tam GmbH. Der Alex Onken wird dich bestimmt beneiden für diesen Hut. Danke. Unser Moderator. Wie bringst du Leute zum Lächeln? Aha, indem ich sie anlächle. Einfach so, wie du mich gerade angelächelt hast? Ja, genau, zum Beispiel so probiere ich es dann zumindest. Und die lächeln immer zurück? Nicht immer, aber so wie man in den Wald reinschreit, so kommt es auch wieder raus. Da hast du sehr recht. Und wie können dich die Leute zum Lächeln bringen? Indem sie mich anlächeln. So einfach? Ja, so einfach geht es meistens. Wer lächelt, lächelt zurück. Da hast du recht. Genau. Weißt du, dass du was gewinnen kannst bei uns, weil du so ein nettes Lächeln hast? Ne, weiß ich nicht. Wenn du unter den Top 3 Gewinner kommst, dann kannst du was gewinnen. Das wird aber erst am Sonntag verraten was. Okay. Okay. Ist gut, oder? Ja, super. Und muss ich jetzt was tun oder wäre ich dann einfach informiert? Du wirst informiert, aber du könntest für mich noch einmal in die Kamera lächeln. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020